Ich blende euch da mal ganz kurz was ein Fuck Fuck So jetzt Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Rocket League Jawohl Wieder ist es soweit, wieder Sonntag Wieder Rocket League Eine solche Läftert Bitte gib mir Geld, ich will unbedingt in dieser einen Kiste dieses eine Auto ziehen, aber ich habe keine Kein Money für die Kiste, weißt du, ja, der eine ist geläftert, ich weiß, jetzt sind beide geläftert Ha, die Aufgabe, nächste Runde Das ist traurig So, nächste Runde, ich habe jetzt mal eben ein anderes Auto gemacht, denn der Flo hat eben auch so ein Auto Lol, der war drin, was? Hast du das aufgenommen? Kann ich das Barbier einschneiden? Wie der drein geht Ich habe die Ballkamera ausgemacht Ja, die haben den reingemacht Ja, auf jeden Fall hoffe ich, er sieht gar nicht mal so schlecht aus, ich weiß es nicht Und ähm Ja, hier auch die Reifen, absolut Kass Und äh Ich hoffe, ich spiele auch mit dem gar nicht so scheiße Und man kann halt gut anheben Anheben Outplane anheben, sowas kann man mit dem glaube ich ganz gut Nur weil ich es kann, die sind so schlecht Oho, Alter Das war krass Das war krass Ja, Leute Wir haben übrigens auch ein bisschen offline gezockt Oh, du machst jetzt ein Tor Oho Das war natürlich sexy maxi Als wenn die nicht leften, na, dann weiß ich auch nicht Wir haben auch ein bisschen offline gezockt Und ich blende euch da mal ganz kurz was ein Fuck Fuck So So Ja, das war doch Das waren auf jeden Fall geile, geile Tore Die Leute wissen gar nicht, warum wir lachen, aber okay Ja, das war absolut witzige und coole Tore Und krasse vor allem Ey, witzig nicht, das war nur krass Ne, ich finde es schon witzig Oh, der ist schon gelieft Der andere wird auch gleich wahrscheinlich gehen Ach, ja Wir nehmen die Folge eigentlich voll früh auf Weil Am Wochenende werden wir wahrscheinlich gestreamt haben Letztes Wochenende Und wir nehmen die einfach schon davor auf Am Mittwoch vor dem Stream Scheiße, Telefon Oh na, echt jetzt Wir gewinnen das schon Warte Tschüss So, ich brauche jetzt Boost Emo, wie nach hinten Ah, nein, 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 nein Der macht jetzt nicht der Bot, oder Fick dich Fick dich Wie knapp war das denn Das war so knapp, Alter Oh, ich bin da Komm, 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 fahr Ich musste gleich nach der Aufnahme sagen, wer angerufen hat Wir haben gerade ein Tor kassiert Fuck Ja, egal Der Bot hat es gemacht, Alter Ist so traurig Und dann ist halt einer gejoint jetzt Der ist Meister Perfekt Mach, 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 mach Was hat denn der für ein Auto? Mach ihn jetzt nochmal Bist du vielleicht jetzt da? Ne Jetzt bin ich da Ja Ich glaube, der Meister ist richtig krass Ich glaube es eher nicht Okay, den musst du machen Ja, guck mal, wie krass der ist Dachte, du machst ihn nochmal Eine Vorlage ganz leicht Ne, das wäre viel zu krass gewesen Zu stark, naja Kann schon sein Ach, der Ande ist der Meister Ich habe mal dazu verwirrt Ich dachte, der ist der Meister Ich töte den, glaube ich, gerade nochmal Und ich fahre am Ball vorbei Ich habe es echt drauf Achtung Immerhin ein bisschen weggemacht Bam Ihr Face Please hit the ball in the middle Lol, sind die blöd Lol Ich schieße ihn voll an Junge, was ist denn das für ein Meister erfährt? Einfach voll ging im Pfosten, Alter Zum Pfosten Auwa Junge Auwa Du warst noch hier outplayen Was soll denn der Scheiß? So ein Beispiel Wie das war aggressiv? Ja, voll aggressiv oder? Ja, okay, da kann man jetzt aber keinen Vorwurf machen Ach, der ist schlecht Was ich gerade mache, weiß ich auch nicht Ich weiß auch gerade, ich fahre nur rum Ja, ich auch Sehr angenehm Teamplay Ja, mach Vorlage Gut Er fährt einfach vorbei und ich drücke Oh, warte Oh mein Gott Das war nochmal die Vorlage auf dich Das war so geplant Das war einfach die Vorlage für die Vorlage für die Vorlage Ja Ein richtig schöner Köpfer war das bei mir Ein Köpfer Ein Köpfer Ja, der hat reingeköpft und der hat verlassen, der Meister Guter alter Freund, echt Nein, die haben mich verdrückt Mann, ich bleib immer auf dieser Scheiß-Taste Gibt's doch gar nicht Ich muss die loslassen Ja, ich muss die loslassen Und bleib immer Drauf Nein Gibt's doch gar eine LLU Ah, ich hab dich weggekriegt Sorry Hast du das? Ja, sah so aus Ich hau jetzt den Ball so was weg Das ist meine neue Taktik Perfekt, oder? Ich hab ihn Outplay, du kannst du machen Ja, ich mach den jetzt Ja, du hast dazu da keinen Bus gebracht Der wär fast schon drin gewesen Oh mein Gott, dieser war richtig Ich hab nur noch ein bisschen Schwung gebraucht Vorlage, 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 Vorlage Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte Nein Er wartet durchgehend und ist da nicht da Das ist der Mike, Jungs Jetzt hab ich ihn mit dem zusammen abgewehrt Wieso, ich war doch da Er hat ihn abgewehrt Hast du das nicht gesehen? Miau, miau Tomi, mi, 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 ist doch gerade rum Der wär drin Nee, der wär so drin, Anna Weiter Störungen Gut, nächste Runde So, dritte Runde Noch mehr Spaß in unserem Leben Alter, aller Er blockiert mich So ein Okay, ich sag das Wort lieber nicht Nein, wir, Alter, war das krass Kriegst du einfach nen Piepton ein, weil ich jetzt Ja, ich hab das Wort ja nicht gesagt Doch, doch Also ich war gerade kurz davor, also es war sauknapp, aber Welches Wort wolltest du denn sagen? Äh, du humaner Mensch, wollte ich sagen Humaner Aha Du hast einfach selbst ne Auflage gemacht Ja, ja, ich hab einfach komplett zerstört Dann lefst ich ja jetzt mal, ne, du Brauchst mich nicht Ich hab einfach komplett zerstört Nein, ich hab mich verdrückt Die fahren aber auch beide auf den Ball, obwohl nur einer fahren muss Oh mein, lass Du Jogi, wir wollten uns jetzt gegenseitig das Tor klauen Ja, weil ich die Outplay hab, dann dachte ich so, als hab ich noch nen Deun da her Ja, wir wollten uns gegenseitig das Tor klauen einfach Haben uns Einfach selbst geprayt Waderscheiße Ich hab' ich auch gar nicht ein jetzt Ich hab' ich noch mal Outplayed Hey, die Leute mal aus, du Noch mal mal Ja, und der Vorlage kommt dann auch mal, jawoll Da ist er Sie kommt, sie kommt Alter, guck mal Der Fallkontrolle, Junge, das ist ja echt die Vorlage des Todes, wäre ich nicht da gewesen, Alter Als ob du wichtig wirst Junge, da war ich jetzt gar echt essentiell wichtig Echelchen Echelchen Jetzt, den mache ich rein Aha, aha Mach, Vorlage Da schneidest du wieder raus Ne Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden Merk dir das, mein Freud Merk dir das Warum nimmst du mit mir auf, musst du piepen, ne? Ja, ja Das ist unmenschenmöglich Also ein 1-0 beruh' ich mich grad nicht Wirklich Warum, wir sind noch übel zum Point Ja, aber wir bringen den Ball nie über die Linie, ne? Naja Haaa 2-0 Wenn du den jetzt abwehrt, hätte ich dich so ausgelacht Ne, ne Alter Verwalder Das war gut Applaus Hör auf Nö Nö Alter Vorlage übrigens Sowas ist halt voll unnötig Ja Also es ist jetzt ein Insider, Leute Ich hätte ihn dir eigentlich klauen können, aber ich war sozial Ja, genau Ja, ich hab einfach Kani-Tor gegeben, ich war sozial Ja Kani-Tor gesagt Bats Jetzt Er trifft nah Boah, du triffst nah Du hälst Ja, hoch hat dich Getroffen Hups Ne, ne, ich hab den Ball getroffen Bidi, 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 bidi Ja Guck mal, das war eigentlich voll skillig Hier oben haben wir uns ein bisschen Das sind nur semi geprankt Und hier haben wir dann Ja, das stimmt auch wieder klingt voll die einfachen gegner nach zwei minuten also da ist eigentlich schon und 10 0 drin stell dir das mal vor hatten wir schon mal ein 10-0 ich war so lange in der luft es war gar nicht einfach nur für die vorlage ja der war gut da war ich gut aber ich war ein bisschen lange in der luft hier habe ich schon geholt alles knapp da nur noch mit der mit der spitze ja wie gesagt da musste ich mich noch ausrichten das war wirklich holi kaisel war knapp nicht ja siehst du da braucht man gar keinen boost ich fahr gar nicht zum boost weil ich instruktiv wie auch immer man das nennt gesehen habe dass ich ihn hier einfach zack und dann geht er rein ja der steve das ist komplett aus nein jetzt schon der minecraft steve lass wer gesagt 10 0 ist drin wir haben wir einfach nach 13 sekunden vier tore gemacht 13 sekunden vier tore drei jahre stimmen wir waren 403 ton in 13 sekunden das muss man immer noch mal gegen sie mit halte ich sage gern 10 0 ist drin ich schreibe mal sorry dass sie vielleicht nicht lieben guck mal wie ich die zerstört habe alle Experte gegen sie wie Profi also ich bitte dich und du bist auch noch ich habe nie erste Ballkontakt ja ich habe nie erste Ballkontakt ja ich eigentlich fast immer ich will es auch bitte komm wir müssen noch zwei Tore machen ja eben dann haben wir einen neuen Rekord auf auf meinem Channel aller für für uns okay das nein oder es war irgendwo meine Schuld ja weil ich hier noch dran war warte jetzt wo er geschossen hat oh mein Gott ich dachte so richtig aus gegen Experte komm zwei Tore machen 10 1 gilt auch 10 1 ist wie 10 11 1 machen du hast noch wenig Tore nur zwei hast du Digga Alter wenn du wenn du so oft Tore in den Popo geschoben bekommst jetzt machen die noch eins wo bist du denn ach da ich bin da wo man mich braucht oh gecallt und getroffen Vorlage als ob der für dich zählt als ob der für dich zählt guck mal wie scheiße knapp ich da war ich glaube ich habe ihn noch angekodelt ja wie scheiße knapp das war egal aber ich gönne dir Tore weil ich habe ja gesagt du hast noch nicht so viele ja weil du alle in deinem Popo geschoben bekommst sind ja alles easy Tore das kann ja jeder schaffen dann habe ich jetzt nicht so schön getroffen alles easy Tore oder pass auf auch Flona du in der Abwehr 10-12-2 machen ja du in der Abwehr das ist Gott ich Allah hier ist mein Einschnitt wie ich sonst bin perfekt ne was soll ich da jetzt reinblenden du bist nie gut äh nein Spaß ähm bis nein 10-1 gilt trotzdem weil das ist eigentlich nur Taktik weil sonst würden die ja liefen wenn wir direkt 10-0 machen würden und äh man muss denen halt eine Chance geben und äh dann eben wie hier gezeigt äh trotzdem ähm die die 10 Tore machen und äh das zählt als 10-0 wie gesagt die anderen haben wir nur nur gelassen damit äh die halt nicht liefen ne ja wir machen es noch 2 Tore ich bitte dich ja eigentlich können wir es machen wir haben 3 Tore in 13 Sekunden gemacht aber man muss auch einen Applaus an die Gegner machen ne ja das finde ich echt gut dass die noch nicht geläftet sind finde ich echt Respekt weil ohne Scheiß Respekt ohne Scheiß es liefen so viele Gegner so schnell hat man in der ersten Runde heute gesehen und Junge es ist so unnötig ganz ehrlich ich kann doch hier wenigstens meine Moral beweisen die geht der geht der geht noch der geht halt aber okay dann zählt das als 10-0 ja alle wir haben soll einfach reingekollt in der letzten last second war das statt man gelieft oder das war ja mal 5 Toren 8 Toren gut du hast 1140 ich habe 1390 Punkte ähm finde ich gut ich weiß gar nicht ob die Deutschen komm geh mal bereit mach mal noch eine Runde gegen die dann schreiben wir denen noch ganz kurz was so ähm ich würde sagen das war es von diesem Part ich hoffe er hat euch gefallen dann lassen wir den Punkt da haut rein bis dahin und ciao ciao DEUCE DEUCE ich bin ich bin えー